Wow, wenn ich hier runter schaue, ohne auf die Kamera zu schauen, wird mir fast ein wenig schwindelig. Also wirklich, wenn ich hier so, wow, krass. Jetzt ist es wirklich tief runter. Wow! Das ist der Flughafen. Elke, die ich kenne, habe ich nicht gesehen. Dort hinten, wo jetzt die Frau zu der Tür rauskommt, wäre ja die WC. Jetzt muss ich hier nochmal schauen, ich bin mit Trau. Das ist verdammt krass, oder? Dann bist du da so, wow! Am halben geht eben mein Bus. Zehn Minuten Zeit. Ich gehe fast drauf beim oben runter schauen, das ist so hoch. Und wenn ich mich hier hebe, an dem Pfosten, oder? Und dann so da mit Armen klemmen und allem. Dann geht es irgendwie beim oben schauen. Aber ich muss schauen, dass ich nicht plötzlich die Kamera fallen lassen. Einfach so vor... Verschwindel. Krass, hey! Der Mensch hat aber schon eingebaunige, gute... äh... Reflexe, ne? Höhe bekommt ihm nicht. Also tschau zusammen!